Mensch, schau doch mal her, Sandra und Oliver. Jetzt hier an die Tafel, so. Ihr müsst hier Aufgabe 2... Ja, rein. Willst du dich einmal kurz stellen? Ja, hi, Ute. Hi, hi. Ich muss sagen mal, ich würde mal... Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Das wird scheiße. Sandra, springst du eigentlich? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Was hältst du mir das denn nicht? Wusstet ihr das? Nee, ich dachte, sie ist dicker geworden. Du, also jetzt hör doch mal auf, Ari. Also gut, ich kann es nicht mehr geheim halten, denn ich bin jetzt mittlerweile im fünften Monat schwanger. Oh mein Gott, was ist im Monat? Nein, nicht mal. Ach ja. Ja. Auf Lutscher. Ist das ein Mädchen oder ein Junge? Ich bin sie.